Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Blitz und Donner hier bei PlanetBase. Jawohl, es blitzt wieder, macht und tut. Ja, vielleicht gut für unsere Blitzableiter. Wir werden es sehen. So, einmal schlurz und runter mit dem Ding. Jawohl, da wird gebaut, sehr schön. Wir haben immer noch genug Verletzte, da wird auch dem Sani nicht langweilig. Das freut den Sani, mich weniger. Ja, da ist er gerade, der Sani, der müsste jetzt eigentlich arbeiten gehen. Hier ist voll, hier ist voll. Uns fehlt im Prinzip tatsächlich nochmal so ein Energiekollektor, würde ich sagen. Sollen wir den mal anleiern? Ja, wir haben eigentlich Eisen. Und sonst haben wir ja an Baudingens nicht viel. Und vor allem, wir haben hier noch die beiden Eisen rumliegen. Ja, ja, dann machen wir das. Also, Energiekollektor in groß. Na, irgendwo passt der hin? Ich weiss es. Wir gucken mal, vielleicht hier hinten. Jawohl. Zack, so, dann sind wir wenigstens da auf der sicheren Seite bei der Energie. Energie, Wasser und so weiter, das können wir einfacher lösen, würde ich behaupten. Sauerstoff, das ist nur bei der Hälfte, ist okay. Wasser, jawohl, jawohl, jawohl. Passt, lassen wir laufen. Biologen, wir brauchen Biologen. Was habe ich eingestellt hier? Ja, genau die Biologen. Dann stellt sich aber die Frage. Ja, Status anständig. Das heisst, da kommt auch ein Schiffchen dann irgendwann. Sehr schön. Können wir eigentlich wieder auf volle Pulle gehen? Lassen wir das rattern. Ähm, hier. Da fehlt, ja, was fehlt wohl? Das hier fehlt. Das habe ich priorisiert. Oh, da ist jemand gestorben. Warum das denn? Sag mal, gibt es da auch mal noch irgendeinen Bescheid, warum? Ich glaube, der Blitz hat da einen geschlagen, aber dann steht doch normalerweise... Naja, jetzt ist jemand gestorben. Blöd. Aber ich habe nicht mal mitgekriegt. Warum? Naja, gut. Es ist, wie es ist. Einer weniger. Wir sollten ja wieder Leute reinkriegen. So, wir können ja nochmal schnell gucken, wie sieht es denn hier generell aus? Ähm, 2, 5, 6, 6. Ist okay, Ingenieure. Eben, ich habe eigentlich lieber mehr Biologen. Da ist wieder einer mit... Äh, allen Ernstes. Da ist schon wieder einer mit Dingens. Der hat einen Knochenbruch. Das ist okay, das dürfte er haben, aber nicht wieder hier Mangelernährung. Ungestellt haben wir. Jetzt müsste hier mal noch gearbeitet werden. Aha, ein Biologe. Sehr schön. Sehr gut. Dann wird hier vielleicht besser gearbeitet. Ich frage mich schon, ob ich das nicht sogar priorisieren soll hier. Was haben wir denn priorisiert? An Nahrungsherstellung gar nichts, würde ich sagen. Ne, aber ich würde gerne... Ja, das hier nochmal priorisieren. Wobei, wir haben eigentlich Halbpflanzen. Dann müssen wir das auch nicht machen. Nahrung haben wir auch. Mir geht es eher darum, dass sie das hier nicht absterben lassen, das Zeug. Ich priorisiere mal. Das wirst du aber im Auge behalten, weil sonst haben wir hier... Äh, die ganzen Biologen hier. Und keiner ist mehr da hinten. Das kann es natürlich auch nicht sein. Wie sieht es denn sonst aus mit Stärke? Ja, hier hinten produzieren wir eigentlich auch noch Stärke. Und ich würde sagen, wir lassen das so eingestellt, dass wir nochmal einen Biologen kriegen. Weil, man sieht schon... Ja, wir haben gut... Eine gute Anzahl an Biologen, aber das reicht eigentlich immer noch nicht, wenn man es genau nimmt. So, jetzt haben wir wieder keine Ersatzteile mehr. Da fehlt Eisen. Ja, das haben wir gerade verbraten. Beziehungsweise hätten wir gerne... Doch, da liegen die zwei Eisen. Drei brauchen wir noch. Uiuiui, okay. Naja gut, sie sind schlau genug. Sie wissen, dass sie zuerst Eisen nach da hinten bringen und erst später für den Aussenbereich. Wie sieht es denn hier aus? Da geht gerade einer arbeiten. Nein, er holt gerade was. Einer ist drin. Okay. Wir haben natürlich auch noch keine Bots. Jetzt ist aber die Frage, ob wir die Bots jetzt schon bauen sollen. Ich würde sagen, es wäre dann schon langsam fällig. Dafür brauche ich nur aber... Ja, richtig. Halbleiter. Die müssen wir auch herstellen. Oder handeln. Nochmal Biologe. Sehr schön. Ich lasse das nochmal laufen. Energie. Jawohl, nochmal prüfen. Ist in Ordnung. Ein Händler könnte dann auch nochmal kommen. Wäre nicht verboten. Wir haben halt wieder keine Stärke. Nun produziert jeder mal ein bisschen Stärke. Das sind doch alles, ähm... Da, Teile, die Stärke produzieren können. Ne, zwei von vieren. Aber die müssen halt schon auch produzieren können. Ja, jetzt... Jetzt haben wir alle Biologen hier. Ich mache das mal wieder weg hier. Also es ist zwar gut, dass das jetzt mal betreut wird. Man sieht jetzt, es ist aber hier gel. Und hier hinten wird es dann langsam schon kritischer. Da könnten wir gerne nochmal einen Biologen brauchen. Ich weiss jetzt auch nicht, wie viele Biologen hier brach liegen. Das ist mir sicher einer. Oder eine. Das ist, glaube ich, nochmal einer. Jawohl, das wäre der zweite, der nicht arbeiten kann. Und das ist ein Arbeiter. Oder eine Arbeiterin halt. In dem Fall. Ja, bringt man die Eisen dahin. Macht mal Eisen. Haben wir? Ja, da sind sie dran. Ein Erz haben wir noch. Wie sieht es mit der Pumpe aus? Da fehlen die Erze. Da kommen wir wieder zur Mine. Das hier gearbeitet werden müsste. Soll ich das mal priorisieren? Das soll mal ein bisschen Erz kriegen. Weil sonst wird das mit dem Eisen hier schwierig. Aber guck mal. Wie gesagt, er ist schlau genug. Er bringt das Eisen nach hier hinten. Dann können wir nämlich wieder Ersatzteile herstellen. Aha, da kommt doch einer zurück mit Knochenbruch. Händler? Nein, nochmal Kolonisten schief. Da kommt ein Ingenieur. Wir sind bei 22. Ich würde sagen, ich gehe mal hier wieder weg. Beziehungsweise ich deaktiviere das. Zumindest für den Moment. Das können wir wieder einstellen. Haben wir irgendwas noch priorisiert? Was wir nicht priorisiert haben sollten? Eigentlich nicht. Ja, wie gesagt. Jetzt ist ja die Frage, Halbleiter herstellen. Da können wir auch noch Waffen herstellen. Bräuchten wir im Moment noch nicht. Aber Halbleiter bräuchten wir. Ich glaube, ich muss die Roby-Dingens gar nicht ankicken. Aber wir müssen halt schauen. Da ist ein Händler. Ähm, er hätte Stärke. Da schlage ich mal zu. 35% ist sehr gut. Und dann noch zwei Eisen. Herze lassen wir mal. Handeln? Können wir das eher handeln? Wir haben noch 16 Dollar. Zweimal Stärke, zweimal Eisen. Würde mir eigentlich gefallen. Hm, 36. Uh, das reicht noch dicke nicht. Selbst wenn wir die Heilpflanze noch rausgeben. Reicht nicht. Hm. 51. 54. Wir handeln. Ja, bevor wir Halbleiter etc. herstellen. Wir brauchen Eisen. Also wir müssen gucken, dass wir noch mehr an Eisen rankommen. Und dafür bräuchten wir halt noch mehr Arbeiter. Wie viele haben wir gleich nochmal? Hm. Das sind die Ingenieure, aber da haben wir sechs. Ja, da müssen wir dann nochmal ein paar reinlassen. Auch wenn das hier, naja gut, schlecht sieht es nicht aus. Ja. Hm. Ich mache mal hier das Ganze ein bisschen ausreden. Wir haben es im Moment eh deaktiviert. Ich aktiviere es wieder. Dass wir hier 35 haben. Hier 35. Und bei den Ingenieuren machen wir 25. Dann haben wir hier 40. Ja. Ich lasse es mal so. So, weil ein, zwei Arbeiter brauchen wir noch. Sonst kommen wir hier bei der Mine nicht in die Gänge. Jetzt haben wir hier aber wieder zwei Eisen. Genau. Die gehen nach da hinten. Reicht das schon? Nein, da fehlt dann nochmal ein Eisen. Okay. Gut. Ja, da ist nochmal ein Erz drin. Ja, einfach laufen lassen. Die Stärke können wir dann eben brauchen. Natürlich hier wieder für Bioplastik. Was wir auch brauchen. Ja, eben. Ich überlege mir wirklich, irgendwie jetzt eine Halbleiterwerkstatt zu bauen. Auf der anderen Seite. Ja, wenn wir die ganze Zeit Eisenprobleme haben. Äh, vor allem auch was die Ersatzteile angeht. Dass wir hier die Eisen nicht kriegen. Und den Plastik auch nicht. Wir müssen dort erstmal ansetzen. Jetzt aber nochmal ein Biodom würde ich nicht machen. Da haben wir eigentlich genug. Robbys haben wir natürlich keine mehr. Eben. Ja, deswegen auch der Gedanke, eine Robby-Dings zu bauen. Aber da brauchen wir zuerst die Halbleiter. Weil sonst können wir die Robbys gar nicht herstellen. Ja, da fehlt noch dieses eine Eisen. Tank dort ist auch okay. Hier brauche ich noch die Ersatzteile. Da bringt es halt... Das bringt es halt auch nicht. Wenn ich hier nochmal irgendwie eine Ersatzteilwerkstatt reinsetze. Das bringt nichts. Wir müssen... Ja, im Prinzip müssen wir anfangen, dass die Leute wieder gesund werden. Da, da kommt nochmal ein... Äh, das war gleich nochmal. Der Blaue war glaube ich ein Dingens. Genau, ein Arbeiter. Ab in die Mine, würde ich sagen. Ich priorisiere das mal. Weil ohne Erz werden wir kein Eisen gewinnen. Also müssen wir dort anfangen. Und hier eben, die Leute müssten mal weg. Das würde heissen, wir bräuchten hier Bioplastik. Da wird gerade geklöppelt. Ansonsten brauchen wir glaube ich nirgends Bioplastik. Das würde im Umkehrschluss heissen, dass das, was hier hergestellt wird, eigentlich dann tatsächlich hier bei der Medikamentenherstellung landen sollte. Ich hoffe mal, das ist dann auch so. Wer betreibt eigentlich die Teile? Da sind... Auch Arbeiter. Ja, ja, dann haben wir hier zwei, hier zwei. Dann sollten welche in der Mine arbeiten. Da können wir schon auch nochmal ein paar gebrauchen. Schön, der Tank füllt sich. Und die beiden sind voll. Und der hier hinten, der kommt dann noch dazu. Eingänge. Wir haben hier einen Eingang. Hier unten brauchen wir in dem Sinn noch keinen. Außer wir bauen hier, damit die Arbeiter raus können und das Ganze hochziehen. Nochmal Mangelernährung. Ja, aber jetzt haben wir hier. Wir haben hier und wir haben hier und überall haben wir umgestellt. Also das mit der Mangelernährung sollte eigentlich behoben sein. Da hat glaube ich gerade nochmal schön der Blitz eingeschlafen. Sauber. Also hier in den Blitzerbleiter. Nicht hier in die Dingensreihe. Wie sieht es mit Betten aus? Ja, können wir lassen. Die schlafen in Schichten einmal mehr. Jetzt haben wir aber auch Knochenbrüche. Knochenbrüche. Ist natürlich jeder, der sich hier verletzt. Ähm. Ja. Hm. Ganz klar. Der arbeitet natürlich dann auch nicht mehr. Und vor allem, er kann nicht geheilt werden, weil dort alles voll ist. Ja, können wir glaube ich nochmal machen. Brauchen wir wirklich? Ja, wir brauchen wirklich. Machen wir mal drei. Oh, der ist teuer. Machen wir nur zwei. 25. 33. Jawohl. Handeln wir. Dankeschön. Weil das hier ist immer noch gesund. Oder es wirkt gesund von der Zahl her. Da ist gerade wieder einer mit der Halbpflanze unterwegs. Die wird ja verschifft jetzt. Die haben wir getauscht. Und dann haben wir Bioplastik. Und dann hoffe ich, dass hier was ankommt. Damit dann die Medikamente mal wieder hergestellt werden können. Aber jetzt nochmal grundsätzlich wegen Bioplastik. Ja. Eben. Die Stärke. Die Stärke fehlt halt tatsächlich immer noch. Wir haben hier hinten, wenn ich es erwische, ein Salatfeld. Da haben wir ein Pilzfeld. Und hier hat man was mit Stärke. Und ich dachte, das Teil hier. Jawohl. Das Weizenfeld. Das generiert ebenfalls Stärke. Habe ich hier noch priorisiert? Nein. Aber man sieht auch, dafür sind die gleich wieder rot. Ja. Wir brauchen nochmal ein paar Leute. Würde ich sagen. Nochmal Biologen halt. Da ist gerade ein Bioplastik rumgereicht worden. Wo will der hin damit? Ich weiss gar nicht, wo er hingerannt ist. Vielleicht doch hier hin? Jawohl. Wir kriegen ein Medikament. Das ist natürlich immer noch der Anfang von allem. Weil hier liegen so viele rum. Da hinten sind noch welche, die auch verletzt sind. Bringt ein zweites von denen was? Nein. Wir müssen halt wirklich vorne anfangen. Eben. Bioplastik. Nochmal ein Feld vielleicht hinstellen mit Pflanzen, die ausschliesslich Stärke produzieren. Ja, aber dann haben wir wieder ein Ungleichgewicht. Hier, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. 16 Gemüse, 17 Mal Tortenfleisch. Ich glaube, das ist ein gesundes Verhältnis. Ja, einfach mal laufen lassen. Dauert halt auch ewig. Man sieht es, jetzt hat er es dann aber gleich fertig. Ich hoffe, der steht jetzt nicht auf und kommt noch auf die Idee, dass er nochmal kurz was trinken muss. Nein. Ein Biologe wird hier geheilt. Sehr schön. Pass ein bisschen auf, was du isst. Nicht heimlich irgendwie einfach immer nur Fleisch essen. Gleich mal hier vor dem Fernseher. Okay, wobei, nee, das ist der Sani. Wo ist der Biologe hin? Ich weiss es auch nicht. Ich hoffe, irgendwo hin, wo er arbeitet. Wäre wichtig. Ja, ich weiss. Hier oben. Jetzt haben wir Bioplastik. Jetzt fehlt das Eisen. Halleluja. Wird geklöppelt? Nein. Aber hier müsste gearbeitet werden. Jawohl, weil das haben wir priorisiert. Da haben wir drei Erze. Da könnte man hier eigentlich auch arbeiten. Wenn wir die Arbeiter noch hätten, die hier arbeiten. Ich mache hier mal wieder die Priorisierung weg. Ich hoffe, sie beenden das zumindest hier. Da wäre ich noch froh. Jawohl. Jetzt fängt er gleich nochmal neu an. Dass dann hier einer klöppeln geht. Ja, sieht nicht so aus. Es wird nicht geklöppelt. Da kommt nochmal einer tatsächlich mit Mangelernährung. Hat er es nochmal irgendwie zugenommen? Drei Stück haben wir hier. Wie viele liegen hier unten? Zwei. Das wären fünft. Dann haben wir eben noch die Knochenbrüche. Ja, jetzt fehlen auch die Halbpflanzen. Wobei Halbpflanzen haben wir. Ja, irgendwas fehlt immer. Wie gesagt, das ist ein Planet Base. Steht eigentlich das Ding jetzt hier hinten schon? Jawohl, das steht. Und das müsste hier noch repariert werden. Ne, dahinter war es. Da fehlt doch das eine Eis. Ich dachte, das hätten sie schon lange hingestellt. Aber denkst du? Boah, hier. Die Mangelernährungscrew. Die können bald mal ein Club grünen. Das sind zu viele. Da liegt ja auch noch einer. Ja gut, eben Medikamente. Jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir hier in die Gänge kommen. Aber wie soll ich das jetzt noch weiter beeinflussen? Jawohl. Indem ich eben tatsächlich jetzt gucke, dass ich nichts anderes mehr baue. Damit wir den Bioplastik dort verwenden. 60 Prozent. Äh, 25, 32. Machen wir das so, sind wir bei 30. Zwei. Handeln. Ja, ist halt blöd, wenn man das alles kaufen muss. Aber jetzt kaufen wir den Bioplastik ja nicht, um hier irgendwas sonst noch zu bauen. Sondern es geht darum, hier die Leute zu retten. Ich weiss nicht, sterben die irgendwann? Also geht das hier weiter runter? Ich könnte mir vorstellen, das geht noch weiter runter, wenn sie hier rumtrödeln. Also hier, zum Beispiel er hier. Dass das hier dann runter geht, weil er eben gar nicht in Behandlung ist. Während die hier hinten ja eigentlich nur darauf warten, dass sie eben Medikamente kriegen. Ja. Tschüss, bitte hier gleich mitnehmen, Kollege. Das bräuchten wir, das Zeug. Das hätte eigentlich schon einer mitnehmen können. Aber irgendwie, guck mal, die Mangelernährung, das breitet sich doch eh schon wieder aus. Das ist doch nicht zu glauben. Jetzt haben wir wirklich, wir haben hier oben 16, hier 24. Ja. Ja, ich weiss nicht. Soll ich zwei von denen wegnehmen? Schwierig. Ich könnte natürlich hier nochmal so ein Teil wegnehmen. Also so ein Teil wegnehmen und dann nochmal so ein Teil hinstellen. Aber wenn wir die Ressourcen gar nicht haben, dann macht das eben auch keinen Sinn. Ja, ich habe das Gefühl, das geht jetzt echt wieder um hier. Oder habe ich nur das Gefühl, weil wir hier halt nicht richtig vorwärts kommen mit den Verletzten. Dass immer mehr Leute wieder Mangelernährungserscheinungen haben. Und die arbeiten halt null. Oh, das ist noch ein Sunny. Aber nicht, dass jetzt wieder beide Sannys irgendwie im Eimer sind. Ach, come on. Liegt hier ein Sunny-Ruhm? Ne. Muss mal langsamer machen. Ne, haben wir irgendwo einen gesunden Sanitäter? Der hat Mangelernährung. Das haben wir rausgefunden. Ich lasse den mal markiert für den Moment. Wo ist der andere? Oh, der hat auch Mangelernährung. Oh, ne. Das ist ja wohl ein Scherz. Mann. Okay, dann. Dann müssen wir hier das wieder ganz ändern. So, ganz runter und 100% Sannys. Das müssen wir wenigstens einkriegen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Nein. Weil hier ist wieder sehr schlecht. Gut, das ist natürlich wieder so ein... Wie soll ich sagen? So ein Drehrad, das funktioniert nicht. Sannys sind alle krank. Keiner kann mehr heilen. Und neue kriegen wir auch nicht. Weil ja dadurch, dass die eben alle krank sind, wahrscheinlich der Status auf schlecht ist. Jetzt müssen wir es nur geduld haben. Dahingehend, dass wir hier wieder in die Gänge kommen. Ja. Achso, ne. Wir haben ja keinen. Auch nö. Das geht gar nicht. Eie, 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 eie. Wie kriegen wir den Status rauf? Wir müssen den Status erhöhen. Dass wir einen Sanni kriegen. Einer reicht ja schon. Sehr schlecht. Schade, dass hier nicht ein bisschen aufgelistet wird. Warum das hier auf sehr schlecht steht. Es ist im Prinzip logisch. Zu viele Verletzte. Aber das führt natürlich zu nichts. Weil das kriegen wir ohne die Sannys nicht gewuppt. Hm, schlecht. Ganz schlecht. Ja, dann kann ich aber auch wieder schnell stellen. Weil eben, das hatten wir ja. Ich könnte mal, weil wir haben ja die Ressourcen. Moment, ich mache nochmal langsam. Ich baue mal nochmal. Und zwar baue ich, ähm, irgendwas für den Spass. Ein Multidom. Da kann man jetzt sagen, muss das sein? Eigentlich nicht. Aber ich muss den Status raufkriegen. Ich hoffe, dass das vielleicht via Multidom funktioniert. Na? Mache ich mal hier hin. So, wieder volle Pulle. Jetzt werden sie natürlich den Plastik hier hinten für das Teil verwenden. Das müssen sie auch. Das ist schon richtig so. Wird hier geklöppelt. Nein, da fehlt... Was fehlt denn da? Da fehlt ein... Ähm, nehm, nehm. Ein Eisen fehlt. Jaja, was sonst? Hier wird auch nicht mehr gearbeitet. Hier auch nicht. Oh, lala. Sind die alle schon wieder im Eimer, die Leute? Come on. Da, ein Bioplastik liegt. Wir brauchen nochmal je ein Bioplastik und einmal Eisen. Bioplastik kommt. Jetzt bräuchten wir noch ein Eisen. Ja, priorisiert habe ich es. Ihr müsstet hier mal weitermachen. Leute, haben wir noch gesunde Arbeiter? Das sieht halt schon wieder so aus, als wäre hier wirklich jeder irgendwie im Eimer. Gibt es doch nicht. Wie habe ich denn die Mangelernährung hingekriegt beim letzten Mal? Als wir diesen Planeten gespielt haben vor vier, fünf Jahren. Das gibt es doch nicht. Das müsste doch okay sein hier. Ich kontrolliere mal nochmal die Automaten. Also, hier haben wir Schweinchen. Hier haben wir Hühnchen. Hier haben wir Rind. Das ist doch okay. Dann haben wir hier Schweinchen. Schweinchen. Äh, Huhn. Huhn. Rind. Schweinchen. Rind. Ja, das ist doch okay. Also, das ist wirklich okay. Und hier? Ja. Hm. Wir brauchen Sani. Halt. Ne. Nein. Ich wollte das hier. Schlecht. Ja, ich glaube bei schlecht kommen dann aber schon wieder welche. Ja, wenn wir hier noch ein Eisen bekommen würden, hier hinten, dann könnten wir das hochziehen, Leute. Wie gesagt, priorisiert wäre es. Die Arbeiter müssten hier mal auf die Idee kommen. Jetzt kommt ein Händler. Wir brauchen, was haben wir gesagt, Eisen. Das haben wir hier genau nicht. Oder Medikamente. Er ist nicht gerade günstig. Wir kaufen mal zwei Medikamente. Vielleicht heilen sie ja den einen Sani. Das wäre natürlich schön, wenn die selber merken, dass sie eigentlich den Sani jetzt dringender brauchen. Also, zum Beispiel einen Ingenieur. 75. Wir haben genug Gemüse. Genug Stärke. 70. Ja, das können wir machen. Mal eine Halbpflanze dazu. Dann sind wir sogar auf 80. Ja, Ersatzteile fehlen auch. Dann sind wir auf 97. 90. 97. Handeln. Dankeschön. Tricky natürlich immer handeln. Aber man sieht, wir haben hier schon wieder viel zu viel Zeugs rumliegen. Unter anderem jetzt auch wirklich genug Stärke. Also, richtig arbeiten wie keiner. Hauptziel muss jetzt wirklich sein, Medikamente herstellen. Und zwar in rauen Massen. Babboum. Und das funktioniert eben natürlich nur, wenn wir den Sani dann kriegen. Und das funktioniert nur, wenn die Basis hier so optimal läuft, dass wir hier einen vernünftigen Status kriegen. Ja, dass der noch ein bisschen rauf geht. Ich denke, das müsste man hier mit diesem Dom, mit diesem Multidom, wo sie ein bisschen klettern und machen können, dann auch funktionieren. Und jetzt haben wir aber Medikamente, sobald hier fertig ist. Dann wäre es schön. Ja, ist natürlich blöd. Hier liegt im Moment kein Sani rum. Ich hoffe wirklich, dass wenn da einer geheilt wurde mit dem einen Medikament, was wir kriegen, dass dann der Sani hier Platz nimmt, der andere. Und der dann geheilt wird von... Ähm, achso. Ne, das bringt ja nichts. Ich mit meinen Medikamenten. Jetzt haben wir Medikamente. Uns fehlt aber immer noch der Sani. Ja, jetzt haben wir Medikamente getauscht. Vielleicht haben wir dadurch doch den Status nochmal ein bisschen erhöht, oder nicht? Ja, ne, ist wieder runtergegangen. Na, Halleluja. Dann mach doch mal dieses eine Eisen. Gibt's doch nicht. Haben wir keine Arbeiter? Wir sind die alle im Eimer. Also, mich düngt echt, die Arbeiter sind alle weg. Biologen haben wir noch. Was bist du hier? Du bist doch ein Arbeiter. Die transportieren halt statt, dass sie irgendwie mal was herstellen. Moment, jetzt ist er. Ne, das ist ein Ingenieur. Der ist im Eimer, der zählt nicht. Hier ist alles im Eimer. Das sind wieder Biologen. Ich glaube, wir haben keine Arbeiter mehr. Das gibt's doch nicht. Deswegen wird hier nicht mehr gearbeitet. Wir brauchen dieses eine Eisen. Ach, Leute. Echt jetzt. Ah, ja, die haben halt alle Knochenbrüche hier. Ja, ja, das sind alleine schon vier Stück, die hier liegen. Also, Sani, Ahoi. Bitte schön. Nein, möchte ich nicht. Sehr schlecht. Ja, wir kriegen das aber auch nicht mehr gewuppt. Der Ersatzteil. Hier, wir sind... Oh Gott. Ja, ich sehe schon. Jetzt ist wieder Feierabend. Das ist relativ einfach zu erkennen. Weil wir haben auch keine Leute mehr, die hier irgendwie gucken. Jetzt ist noch der... Jetzt ist echt noch die Energie weg. Tatsächlich. Jetzt haben wir... Jetzt ist aber der Super-GAU schlechthin. Ja, weil die ganzen Sachen natürlich nicht mehr vernünftig gewartet wurden. Man sieht sie an den Schraubenschlüsseln. Ja, gut. Also, das ist jetzt aber dann... Äh, nein. Also, da muss ich sagen, gut. Dann ist die Übung gescheitert. Ich gebe es zu. Wie gesagt, vor fünf Jahren habe ich es mal geschafft. Ähm. Das ist zu tricky. Ich weiss nicht mehr, was ich jetzt hier machen soll. Weil, ähm... Ja, mit der Nahrung. Ich denke, wir haben jetzt gemacht, was wir tun können. Trotzdem haben wir hier Mangelernährung und so weiter. Oh, dann steht... Kein Strom mehr. Dann stehen sie auf und gehen. Wenn wir Glück haben, wenn wir den Strom hätten, äh, gehen vielleicht die Sanis hier rein. Das wäre noch eine Option. Ähm, Basisverwaltung. Irgendwo habe ich doch einen Knopf. Wo war der denn? Beim Netz. Alle Strukturen, alle nicht lebensnotwendigen. Genau. Das kann man auch mal einstellen. Und dann wird wirklich alles deaktiviert, was wir eben nicht zum Leben brauchen. Aber der Eingang ist, glaube ich, dann noch an. Die Sauerstoffgeneratoren sind an. Ja, weil, sieht man, halt eben, alles Lebenswichtige. Aber warum ist denn jetzt wieder der Sauerstoff... Äh, der Sauerstoff, die Energie runter, eben? Weil wir halt hier nicht warten. Das wird aber eigentlich von einem Ingenieur betrieben, das Ganze. Kann ich hier wieder zurück? Wie sieht's aus? Ja, ein bisschen Hammer wieder. Dann stellen wir das wieder ein. Äh, wenn ich's finde. Beim Netz. So, gut. Und jetzt, wie sieht's hier hinten aus? Jetzt müsst ihr sich hier ein Sani hinlegen, bitte. Nicht wieder irgendwie ein anderer. Oh, nochmal einen Händler. Wir brauchen nicht einen Händler, Leute. Also klar, brauchen wir auch. Aber wir brauchen hier... ...von den Sachen im Moment nix. Weil wir können nix damit machen. Wir haben Medikamente, wir haben alles. Die liegen sogar noch hier rum. Wir brauchen den Sani. Ja, das kommt nicht in die Gänge. Und wir kommen nicht in die Gänge, weil wir das nicht bauen können. Weil das Eisen fehlt. Wenn ich hier so ein Teil deaktiviere... ...dann kriegen wir allen Ernstes ein Bioplastik raus. Ich bräuchte irgendwas, wo wir ein Eisen kriegen. Vielleicht wird das wenigstens dann noch nach da hinten transportiert. Was wäre entbehrlich und gibt ein Eisen? Schwierig zu sagen. So ein Tisch. Oh. Boah. Äh, nein. Basisverwaltung. Das Netz. Ja, deaktivieren. Wieder die lebensnotwendigen Sachen. Also, wie sieht's aus hier? Der Tisch. Was kommen wir da für? Ja, nein. Nein. Ja, wir haben nix, was wir irgendwie hier wegmachen könnten. Ein Bett? Das glaube ich... Ne, das ist auch ein Plastik. Jawohl. Ja, irgend sowas hier. Aber das können wir natürlich nicht machen, dass wir davon was wegmachen. Würde ich mal behaupten. Hier, der Wasserkollege. Der würde mit Sicherheit noch ein Eisen spendieren. So, mal der Blitz bitte einschlagen. Ich weiss auch nicht... Ja, doch eben. Ich weiss, warum wir keine Energie mehr haben. Weil die Sachen hier alle nicht gewartet werden. Weil wir eben aus irgendeinem Grund tatsächlich auch... ...keine Ersatzteile haben. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Da ist natürlich noch keiner drin. Sie würden gerne... Ja, das sieht natürlich Käse aus. Kein Wind. Und hier die Trübung fast auf 100%. Hm, oh Gott, oh Gott. Ja, es ist halt wirklich, äh... Ja, der Planet ist halt wirklich nicht für schwache Nerven. Hehe. Das muss man sagen. Ja, wenn wir jetzt... Ich würde gerne nochmal kurz warten. Ich möchte wissen, ob wir... ...hier vielleicht die, äh, Sanitäter reinkriegen. Die dann wieder heilen könnten. Weil sonst ist das Ganze sinnfrei. Wie sieht's denn aus mit dem Status? Äh, das war das Falsche. Wollen wir denn gleich nochmal den Status? Ähm... Sehr schlecht, ja. Das kriegen wir nicht gewuppt. Also wir brauchen einen Eisen. Wir müssen irgendwas demolieren. Ähm... Was demolieren wir? Nein. Nein, auch nicht. Er hier. Nein, auch nicht. So, wir haben wieder Energie. Äh, ich weiß nicht. Ich mach mal an. Und gucke mal, was passiert. Wie gesagt, ein Eisen bräuchten wir. Jaja, jetzt ist es eh schon wieder. Bögen ist schon wieder weg. Ja, ich glaube, wir müssen irgendwie sowas zerlegen. Dann haben wir halt kein Wasser mehr. Das ist natürlich irgendwie dann auch nicht die Lösung. Aber ich mach mal. Das ist jetzt die letzte Idee, die ich habe. Jetzt müsste das Eisen hier rüber. Oh nö, wir brauchen hier auch nochmal ein Eisen. Oh nö. Das ist ja nicht zu glauben. Ähm. Ja, hier hinten. Guck mal. Ei, ei, ei. Deaktivieren, bitteschön. Dann bitte das hier. Ja, das haben sie jetzt schon zerlegt. Aber ich glaube, sie kommen gar nicht raus. Das ist eigentlich zu, das Ding. Ich mach mal auf. Bringt noch nichts ohne Energie. Ja, das ist zielenfrei. Also es ist wirklich zielenfrei. Es geht nicht mehr. Wenn wir hier den Status so weit unten haben. Ähm. Ja, das ist nicht der Status. Ich bin halt im Hinterkopf immer noch ein bisschen am Überlegen. Aber, ne. Sehr schlecht. Geht nicht. Kriegen wir nicht hin. Passt nicht. Selbst jetzt nicht, wenn wir das gekrappt haben. Weil wir haben keine Energie mehr. Und ohne Energie kommen sie hier nicht raus. Wenn sie hier nicht rauskommen, können sie auch nicht diesen Dings mal hinstellen. Und jetzt haben wir natürlich hier noch ein Wasserproblem, Sauerstoffproblem. Weil die auch nicht mehr vernünftig arbeiten. Ja gut. Äh. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ein bisschen Spass gemacht. Ich erwähne gerne nochmal, wenn ihr sehen möchtet, wie man den Planeten schafft. Dann müsst ihr jetzt halt ein Video für ein Problem hier haben. Weil dort haben wir es hingekriegt. Irgendwo so um eine Folge Hum dort rum haben wir glaube ich angefangen. Und haben das Ding dann gewuppt. Jetzt wird nicht mehr gewuppt. Das Ding ist definitiv durch. Wir haben wieder genau diesen Effekt. Dass wenn halt irgendwie die Sanis krank sind, dass dann nicht mehr geheilt wird. Und wenn dann nicht mehr geheilt wird, geht der Status runter. Und dann kommen auch keine neuen Sanis mehr. Das ist halt schon eben so ein Kreislauf. Ja, den kriegt man nicht mehr hin. Gut liebe Freunde. Das war es mit Planet Base. Nein, ich fange mich nochmal an. Das habe ich gesagt. Es war jetzt der dritte Versuch. Ich muss sagen, gescheitert. So ganz klar, warum wir jetzt die ganze Zeit Mangelernährung haben, ist mir nicht gewesen. Weil hier oben die Zahlen eigentlich okay waren. Wir haben auch geguckt, dass wir das hier alles einstellen. Aber ja, es ist halt der schwerste Planet. Es verzeiht wirklich 0,00 Fehler. Ja, Handelsschiff schade. Wenn jetzt nochmal einer gekommen wäre, aber eben nicht bei dem Status. Das ist vorbei. Ja, äh, wo ist er? Hier, immer noch sehr schlecht. Ja, ist ein bisschen schade. Wenn wir so aufhören müssen. Aber eben, wir haben es schon mal geschafft. Von daher, weiss ich, dass es geht. Ich habe es jetzt halt nicht hingekriegt. Okay, gut. Das war es mit Planet Base. Staffel 2 im Prinzip. Ich hoffe, die ganze Staffel hat euch Spass gemacht. Ich kann das Spiel wirklich nur jedem empfehlen. Ich finde es immer noch klasse. Ich würde sogar gerne weiterspielen. Aber jetzt nicht an dem Planeten, weil das ist mir zu sehr gemurkse, wenn ich da nicht richtig hinkomme, wo ich hin möchte. Ich danke euch fürs Zusehen. Und dann hoffe wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Untertitelung. BR 2018